Hallo meine Sportfanatiker! Ja, ich wollte euch fragen, was ich zum 200 Abo Special machen kann oder werde. Und ich schon wieder gerade im Hintergrund, im Fußball. Und ja, wenn ich dann 200 Abo habe, ob ich dann vielleicht ein Template, ein Giveaway machen soll oder... Okay, Sharkwave Pack und so kann ich nicht. So dumm dafür. Oder ein Weihnachtsspecial machen sollte, aber das dauert dann halt bis Weihnachten ist, da ich dann ca. 3 oder 4 Wochen kostenlos Intros mache für jeden. Und, also egal ob Abos oder so, oder... Ja, ihr entscheidet, was ich machen soll oder Let's Play mal wieder. Ein Projekt oder andersrum oder so, ja. Ja, ich esse gerade Spaghetti. Und da ist gerade ein Mikrofon, äh... Ähm, ups, sorry. Ähm, ja, Mikrowelle und ja, haut rein bis zum nächsten Mal! Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja.